Du und Ari, ihr seid verbunden. Du sagst, Ostwind habe dich gerufen in diesem Traum. Das war Ari. Sie hat nicht immer die Kraft, allein das Richtige zu tun. Ariel! Bereit für den zweiten Durchlauf? Meine Damen und Herren, der unvergessliche, der unvergleichliche, der große Orkan! Gänsehaut. Okay. Nein! Der nächste Auftritt ist sein letzter. Mika! Der sieht wirklich aus wie Orkan. Wir tauschen sie aus. Mika! Was ist das hier? Ein Zirkus? Ostwind! Showreiten ist deine Bestimmung. Euer Streit hat Ostwind zu leisten. Das ist das, was du spürst. Ich träume. Nee, jetzt nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe, Sam. Na, ich stehe! weiterfangen, zum nächsten Mal zum nächsten Mal. нем